oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio ein kuschelhase frauchen muss man ja ein bisschen an die rumprunzeln wo du da irgendwo sand hast irgendwo hast du mal sand irgendwo drin ja naja ist eben so da muss frauchen eben mal rumprunzeln na naja ist doch nicht schlimm kann doch frauchen mal machen wa oder wat wat ist hier los ha klopfschwänzchen so kann ich jetzt stundenlang weitermachen wa du olle kuschelmaus du olle kuschelmaus ja 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 olle kuschelmaus erstmal beinchen wackeln wa das ist auch fein wa jo naja muss aber gut wa genug gekuschelt jetzt haben wir erstmal genug gekuschelt hä wie wenn mich wieder einer hört ja die denken ich hab ne meise jetzt kommst du hoch was los was ist denn da los na wat ist da los Vielen Dank.